Ich bin heute in unserer Stadtbücherei und die Stadtbücherei kennt ihr ja durch das Ausleihen unserer Medien wie Bücher, DVDs, Blu-rays und so weiter. Und damit wir für euch das Angebot erweitern können, haben wir nun für euch künftig die Bücherei der Dinge. Und was da dahinter steckt, das sagt euch jetzt unsere Leiterin der Stadtbücherei, Christine Bittenbauer. Viele Bücher gibt es bei uns in der Stadtbücherei zum Entleihen, aber die passenden Gegenstände? Hm, eigentlich nicht. Nun, das ändert sich aber. Wir haben jetzt verschiedene Gegenstände in der Bibliothek der Dinge, die wir zum Ausleihen anbieten. Zum Beispiel können Sie mit unserer Nähmaschine die tollsten Modelle anfertigen. Oder Sie trainieren mit unserem Football für den nächsten Superball. Oder Sie erkunden die Sterne mit unserem neuen Teleskop. Alles ist möglich. Die Stadtbücherei bietet einen Basisbestand. Kommen Sie vorbei in der Stadtbücherei, erkunden Sie den neuen Bestand Bibliothek der Dinge.